So, Und dann schauen wir uns das mal an, wie das hier so abläuft. Ich glaube, ihn hat es ein bisschen zerrissen. Ja, dann gib mal her. Eigentlich schon. Na toll, jetzt geht's los. Na toll, jetzt geht's! keine munition hat das natürlich schlecht schon wieder keine munition alles klar ja eigentlich können die jungs auch mal schon die arbeit machen lassen ich weiß nicht ob dein plan funktioniert und was jetzt estamos en posision están listos samuel gehen deco was warum ja ja me gets good Das ist gut. Entendlich. Die Fahrzeuge sind auf dem Weg. Und dieser Gringos? Der Gringos ist mit dem Weg. Entendlich. 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 Das ist eine Wunderschanz. Komm. Das ist weg. wird man sagen die kiste rum ist ja ganz schön mp 34 ich behalte immer hier 49 schuss habe ich ja genau mit aber nicht jetzt voll oder was kommen wir dann nämlich die 88 schuss da und ich schreibe ja also ok ja dann ja dann sie zu mein gott ihr weckt die toten auf hier nur 60 schuss und es ist ein bisschen besser jetzt kommen sie war scheiße ja 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 gut alter schwede ich würde mal sagen ihr habt das gut gemacht und und WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hier, Samuel, trink. Oh, nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist erhytriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Ja, was habe ich vor? Äh, zuerst einmal baden und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Äh, meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du, wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Äh, keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lange? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt doch, wo er ist. Ja, äh, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es... Es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch mal. Hey, hey, hey. Leider. Ganz ruhig. Ich mag dich, Senior. Und noch wichtiger? Ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich... Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Dame, Herr Kuccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomm ich wirklich Zweifel. Oh Gott. Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre... Wie lang? Sechs Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. Drei Monate. Drei Monate sind unmöglich. Drei Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. Drei Monate und die Hälfte. Also. Wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Startmung ist zehn Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Was? Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und äh, ich wette, dass Rave das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismaskreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in drei Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Äh, ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarkt-Auktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine zweite Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Tja. Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh, nein. Nein, Mann, echt. Ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich... Ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Äh, was weiß ich. Leute wie... Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist mein Mann für solche Sachen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an. Okay? Ich brauche dich dafür. Oh, Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcázar. Hallo, Schatz, ich bin's. Hey. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Äh, Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Super. Sehr gut. Ja. Damit haben wir nicht mehr. Ich weiß, ich weiß, aber... Wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du's von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir's einfach. Gut. Einfach. Es wär viel einfacher, nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, Spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan. Wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt kommt schon. Du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. So, dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Wie wir da reinkommen wollen. Dann bin ich ja mal ganz schön gespannt. Bisher war es ja echt schon echt spannend, das Spiel, muss ich sagen. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, na ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh. Äh. Du bist also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan. Ähm, ja. Okay. Mhm. Ich hatte jetzt gedacht, er zeigt mir den Weg, aber na ja. Da müssen wir wohl selber was rauskriegen hier. Ich lauf mal einfach hier unten weiter. Vielleicht läuft er mehr hinterher. Kann ja nur hier sein. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich da jetzt runtergesprungen bin. Achso. Sag mir nicht, man kann da jetzt einfach so reinlaufen. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Ich weiß ja nicht. Ach da. Äh, L3? Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil ran komme? Hm. Pass auf. Ich pass auf. Hm. Na los. Ich, äh, daneben. Hehe. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal's. Ha, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Jetzt muss ich aber nur mal wissen, wo soll ich denn jetzt hinspringen? Gleich. Pff. Ich hab keine Ahnung, wo ich da gleich hinspringen soll. Ah, egal. Auf geht's. Na ja, ich muss es ja wie ich es einmal probieren. Ja, ich weiß. Pff. 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 Hm. Auf diesen weißen Vorsprung, glaube ich, kann ich rauf, oder? Wollte ich das sagen. Oh, wie ein Prosi. Und jetzt du. Oh. Ich komm irgendwie da. Achso. Also runter. Okay. Okay. Okay, dann gehen wir mal da lang. Mhm. Mhm. Auf geht's. Haha. Beim ersten Mal. Schon gut. Niemand mag Angeber. Mhm. Na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Mhm. 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 Naja. Wir üben da noch ein bisschen. Wie ein kleines Äffchen. Die Scheiße hier, du. Ja, ja. Ich hab guten Halt. Okay. Auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut. Niemand mag Angeber. Mhm. Mhm. Na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hier ist die Idee. Mhm. Okay. Mhm. was ist doch und jetzt da fahrst du mir nicht ich würde mal sagen die sind echt bewaffnet jetzt noch zitronen pflücken oder was so viele jahre die kleinen dinge vermisst man am meisten was denn der duft von zitronenbäumen motorrad fahren kleine dinge zusammen das labern hier finden los jetzt warum geht er nicht mal vor sagen wir nicht mehr schon wieder klettern hier unser fenster ok wir sind fast da dann haben wir glück fast da sind gucken ob wir hier noch was schönes finden ich gehe einfach mal kurz durch er natürlich sonst rennt er nicht vor und jetzt rennt er vor mann müsste halten hier und nun ich bin ja mal gespannt ob er das schafft das land ist schmerzhafter als ich in erinnerung hatte ja wem sagst du das deine anderen fantastischen funde die ich verpasst habe hast du wenigstens fotos schön wär's elena hat ab und zu gefilmt aber die kamera ist hinüber wie ärgerlich ich habe zeichnung wenn wir zurück sind zeige ich sie dir du hast zeichnung hängen die am kühlschrank oder was ein aber die sind echt gut kann es kaum erwarten ist nicht zum hochklettern die ja 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 Das war's. Das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Ja, geht schon. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, er. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie seh ich aus? Die 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt's, wenn du drinnen eine qualmst. Hahaha. Lange ist's her. Ja, zu lange. Hep. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Hep. So, das war wieder eine Folge Uncharted 4. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Konsolen-Doc. Tschüss.